Auf der Mitte ist es noch ein bisschen besser. Wunderbar, Freunde. Nehmt bitte ein kleines Zeug hier in euren Forster an. Ich wünsche euch euren Stiefpartner, eine Stiefpartnerin, die euch zeigt, ihr Gesicht oder ihn, die wir haben, das Gesicht. Das funktioniert wunderbar. Liebe Rostocker, liebe Feiergemeinde, was für ein großartiger Nachmittag. Höchste Zeit für einen kollektiven High-Five. Ich habe meinen High-Five-Partner. Habt ihr euren High-Five-Partner? Zuerst den High-Five, danach den Farb-Counter. 3, 2, 1 und High-Five auf unseren Nachmittag. Und nun, Freunde. Gemeinsam Turn 5, 4, 3. Gemeinsam Turn 6, 6, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 6. Gemeinsam Turn 5, 6, 3, 4, 5, 6. Und dann,ころẻ unter den Farb-Counter. shove. Ei, cooperate. Bis zum nächsten Mal.